hallo leute ja wir sind unterwegs hier ich habe über ein jahr laufen lassen wie ihr seht und ja es hat sich einiges getan wir müssen einiges machen und fangen hier bei schwandorf dann nach dem logo an ja hier hat sich tatsächlich vom hausbau nichts getan sondern diese straße ist glaubt länger geworden wir machen mal die straße die die karte auf und gehen dann nach lippstadt lippstadt hat sich glaube auch nichts getan vielleicht in der gebäude mehr geworden aber sonst nichts jetzt gehen wir hier nach erlangen ich glaube erlangen hat hier diese ecke vielleicht gemacht weiß ich aber nicht wir gehen weiter nach den enden wenn man versucht hier die straße wohl zu schließen da hat sich aber sonst auch nichts für uns getan dann kommen nach friedrichsdorf und da hat sich was getan da haben wir hier ein wunderschönes segelboot bekommen das gefällt mir richtig gut sieht hier 1602 war das schiff anlehnung an einen spiegel ich weiß nicht wer es weiß ja ist schon krass und ja die straße hier finde ich voll cool hat sich hier hinten komplett geschlossen das ist richtig stark wir müssen jetzt hier definitiv dann der bus haltestelle hin zaubern die dann da liegt da schauen wir dann mal los dass wir da diese straße verlängern dann die bus haltestelle dorthin machen und dann haben wir das auch abgedeckt das passte ja da ist die bus haltestelle 12 12 ja passte und dann müssen wir jetzt natürlich noch eine kutsche finden da ist eine stadtbus fahrplan und hinzufügen rathaus dann zu der zweiten haltestelle die dann da ist und das ist natürlich ein großes denkmal oder was es ist öffentliches eigentum denkmal und das hat dann passagieraufkommen 11 und postaufkommen auch 11 also da tut sich was ab 1602 ist es gebaut naja das glaube ich nicht da waren vielleicht die schiffe gerade unterwegs die da stehen ja das schiff ist vielleicht derzeit gebaut das könnte sein gut okay dann sind wir hier schon durch wir gehen nach bad mergentheim und da müssen wir auch eine haltestelle machen die hier liegt und das bedeutet wir müssen dort 12 da eine haltestelle machen und ich glaube wir machen die so hier hin und dann da ist es auch abgedeckt doof ist nur wenn dann eine haltestelle hier demnächst kommt dann ist das halt so dann ist die da da müsste sie hin dann wäre es richtig mal schauen wie sich das entwickelt hier eine kutsche stadtbus fahrplan da geht noch was wo ist das rathaus hier ja wir fangen mit dem rathaus an und fahren nach da passt neu angerichtet läuft ja dann geht es weiter nach achem da ist diese grenze da muss eine mauer sein da wird einfach nicht weiter gebaut aber naja das städtchen wächst und gedeiht bestimmt auch aber halt intern solche häuser wie hier die sind ja viel größer geworden da sieht man ja jetzt hier drei und drei aufkommen deswegen da gibt es noch eins mit drei und zwei aufkommen da sieht man dass die stadt intern schon größer wird und hier sind ja auch freiflächen die vielleicht auch bebaut werden neubrandenburg sind wir dann da ist noch nichts hier das wird wächst zu hier ist wieder so eine straße die so aussieht als ob es nicht mehr weiter geht aber das wird schon werden hier dann gehen wir nach kollern ja die sind schön dicht hier am wachsen und ich glaube das zentrum wird auch immer mehr voll das sieht erstmal gut aus da brauchen wir nichts machen jetzt werden wir bei jena vorbei bei jena ist dieses haus und da fällt natürlich auf hier ist irgendwas mit den bushaltestellen falsch gelaufen also hier und hier ist nicht parallel da haben wir was falsch gemacht damals wahrscheinlich 1212 die bushaltestelle da musste dahin aber vielleicht ist da das haus gewesen ja nicht schlimm jetzt machen wir halt hier dann weiter die muss jetzt da in die bushaltestelle jetzt müssen wir nur gucken ja entweder hier so rüber oder von da so rum aber ich glaube wir gehen von hier so rüber und dann die haltestelle dahin und dann ist die auch abgedeckt dann müssen wir da jetzt eine kutsche haben für stadt bus jena am einfachsten und dann einmal vom rathaus zu dieser straße büchauer straße passt erweitert städtchen kann weiter wachsen wir gehen weiter nach königsbrunn hier ist nix aber ein riesen haus hier wir sind dann da und 4 und 4 das sieht richtig cool aus dieses haus schönes fachwerk haus gehen weiter dann nach bad zwischenarn das ist noch alles abgedeckt städtchen wächst hier hier oben könnten noch ein paar häuser auf jeden fall auf die andere straßenseite diese straße mal hier weiter gebaut wird weil sie nicht sieht jetzt zurzeit nicht so aus dann gehen wir nach gütersloh und in gütersloh hat sich hier auch ein denkmal gesetzt usa monument das ist also auch abzudecken und zwar haben bei hier auch so ein bisschen das problem aber 1 2 da geht tatsächlich noch die bus haltestelle hin das war es nicht das können wir mal zu machen machen das mal tiefer da wir müssen hier nur so ein eckchen weitermachen und dann können wir da die haltestelle hin bauen da sieht zwar alles aus als ob das falsch ist aber es ist wohl richtig während das hier wohl falsch ist ja das ist schlecht eigentlich hätte die da sein müssen konnten wir wohl nicht hin bauen jetzt haben wir hier so eine lücke naja müssen wir mal schauen wie das wird vielleicht wird der bahnhof ja länger und dann klappt es ja haben wir erstmal so weit das ist abgedeckt und dieses monument ob es da natürlich auch wieder verkehrt unterwegs wir brauchen die lupe ist natürlich auch mit 26 und 26 ein sehr großes öffentliches gebäude wo wir dann sehr viel großen zuwachs hier haben ich habe hier übrigens und die fabrik liste aufgemacht damit wir nicht verpassen wenn ihr eine fabrik ist und da hier dieses städtchen dadurch dieses monument wahnsinnig gestiegen ist was wir zum schluss dann nachher mal angucken da ist es natürlich so dass das dann natürlich ja ja ordentlich was vielleicht bringt dass da was anderes wächst so hier haben wir ein häuschen hier jetzt mehr das heißt wir müssen hier hinten eine straße hin bauen ich würde dann so bauen wollen und dann darüber glaube das ist schon passend naja dann kommt da die haltestelle hin das passt dann also wir brauchen die lupe eine von den vielen kutschen die hier ist stadt bus lüneburg fahrplan und vom rathaus geht es dann zum schluss noch dahin zum sonnenblick das ist dann wenigstens noch ein berg nicht so wirklich erledigt hier ist immer noch alles fehlend da habe ich jetzt mehr erwartet dass da was kommt also wie es aussieht klappt das noch nicht so wir gehen nach zwei brücken zwei brücken ist noch nicht so weiter gewachsen also außerhalb wahrscheinlich auch gewachsen aber nicht jetzt so dass man was neues farbe anlässig machen wir oben jetzt wahrscheinlich als nächstes was werden muss aber nicht kann genauso gut ja hier sein oder wer weiß ob nicht hier sind fällt zum beispiel so besetzt wird wir gehen nach bayreuth hat hier ein häuschen mehr gekriegt das heißt wir müssen da jetzt auch gucken wo ist jetzt hier da ist doch rathaus und also werden die bushaltestelle nicht direkt auf dem rathaus ok das heißt 12 das heißt da muss schon die bushaltestelle hin das überlappt zwar aber das liegt an dem bahnhof aber ich will das mit den haltestellen definitiv so haben dass das so ist weil anders macht das keinen sinn so dann die lupe an dann eine kutsche erwischt und dann hier fahrplan ändern das hinzu und das hinzu und dann haben wir da noch eine haltestelle mehr in bayreuth hier die straße auch ein bisschen größer schon geworden das städtchen möchte auch wachsen so bayreuth haben wir dann gehen wir nach billig billig ist noch in seinen stadtgrenzen ich glaube dieses zöpfelchen hier schon über den rand hinaus das ist mehr geworden dann sind wir hier bei bünde bünde ja kommt nicht raus aus seinem schlaf hier dann sind wir bei ettlingen ettlingen versucht hier das zuzubauen ich weiß nicht ob hier was länger geworden es könnte sein und dann sind wir bei willensdorf wennsdorf ist definitiv im zentrum am wachsen hier hinten ist einer ich glaube dieses stück hier ist vielleicht dahin gekommen das weiß ich nicht aber ich glaube schon bin ich gespannt so dann sind wir schon definitiv einmal rum weil hier sind wir gestartet so dann würde ich sagen können wir die karte einmal zu machen und das können wir auch zu machen das bleibt offen weil wir wollen ja gucken wenn die fabriken kommen alles was ja keine fabriken sind waren wahrscheinlich eher landgüter ein gut auf land hört sich besser an die landgüter ja das heißt wir können jetzt noch mal schauen dass wir hier linie wollte ich gar nicht in der liste aufmacher einmal in die haltestelle noch mal reinschaue warten ach so wir wollten da das machen wir dann erstmal kurz einmal noch hier in die linie reingeschaut neubrandenburg stehen jetzt die meisten leute 170 und da sind hier unten hans eisler straße und neubrandenburg ebernholz sind jetzt reichlich passagiere zu transportieren eisler und ebenholz das sind diese zwei hier ja das ist das ist schwierig das geht auch nicht so richtig voran jetzt weil wir sehr viele kutschen auf dem weg haben ob das die vielen kutschen das bringen ist die nächste frage weil ich stehen ja eigentlich die meiste zeit nur schlange obwohl wenn sie hier fahren sind sie weit auseinander dann geht es eigentlich aber mehr drauf machen macht auch keinen sinn da bin ich fest von überzeugt dass das keinen sinn macht müssen wir mal gucken wie wir da weiter vorgehen also das ist eine schwierigkeit vielleicht tut sich dann irgendwann mit einer straßenbahn auf aber die ist definitiv noch nicht zu bauen küttersloh ist aber grün angezeigt da sind aber auch ganz viele passagiere am stehen ist klar 163 davon sind 84 nach weinberg und ich weiß gar nicht wir sind denn hier auf der linie drauf fünf war zu höher hier können wir aber definitiv noch was drauf machen dann da ist das häuschen da kommen dann noch zwei kutschen wenigstens drauf oder machen wir drei ja die da alle raus und 85 der nummer 34 zwei brückenburg das ist zugfahrt war das ja auch schon mal nicht so schön dann aber da müsste jetzt ein zug dann kommen welcher essen das zwischen an der fährt anders zwei brücken müssen nach süden der müsste von mir unten kommen da kommt auch einer dann wird das wahrscheinlich gleich passen oder dann haben wir hier achem aber achem weiß ich definitiv dass das auch schon reichlich kutschen sind wie wir sehen das macht nicht wirklich sinn da noch mehr darauf zu machen zum alten seebad hier wollen die meisten leute hin das müssen wir mal gucken wie wir das hinkriegen königsbrunn rathaus stehen 83 nach wie heißt die straße krugstraße das ist da wir bleiben wir hier auf der linie 12 fahrzeuge das sind auch reichlich dann auch besser nichts mehr dran köln sind wir dann rathaus köln torgauer straße und hier brauche ich gar nicht gucken da sehe ich schon so dass da schon genug fahrzeuge drauf sind da elf ja das lassen wir auch mal so da muss ich von der zeit was tun damit wir noch fahrzeuge kriegen damit wir vom bahnhof weg vielleicht hier mit einer straßenbahnhof fahren können und dann die busse quer machen denke ich das werden wir dann sehen jetzt habe ich das zugemacht was ich nicht zu machen wollte aber da ist es ja wieder warten passt passt das war jetzt köln ah der hat das neu sortiert glaubt oder nee zwei brücken nee doch machen wir noch mal so gütersloh waren wir neubrandenburg waren wir achem waren wir auch willensdorf waren wir nicht viele kutschen sind hier auf der linie auch schon zehn das wollte ich zu machen ja macht keinen sinn da noch mehr darauf zu setzen auch hier nicht unbedingt hier könnte man vielleicht nur ein oder zwei darauf sitzen aber wir lassen das mal königsbrunnen waren wir ne köln waren wir willig sind wir dann in willig fahren aber auch reichlich kutschen rum achte sind es die sehe da kommen wir gucken mal rein zähne sind es insgesamt ist auch genug lass das so zwei brücken sind auch hier genug kutschen macht auch keinen sinn noch mehr darauf zu setzen dazwischen an ist auch voll macht auch keinen sinn da noch welche darauf zu setzen dann haben wir ich glaube hier sind nicht so viele darauf kann da sein auch auch schon zehn ja und hier sind tatsächlich bereiche die hier hier wie das hier hätte hier eigentlich noch ein zu und dingens verbindung normal spurs ist es nicht hier ist kein sag schon hier hält kein na na kein bus mehr an zumal kutsche die geht nur noch hier lang alles klar oder gucken wir lieber noch mal fahrplan fahrplan auch ein grund ist hier nicht bei oder nein das passt gut dann haben wir das erst was ich noch zeigen wollte war die städte liste und da seht ihr wunderbar wie viel das ist einwohner hier wenn noch mal neu sortieren fast aber durch dieses denkmal da von rosa ist 1326 die stadt gewachsen richtig groß friedrichsdorf hat auch ja dingens dieses denkmal mit dem schiff bekommen das ist auch ziemlich groß und bad zwischen an ist schon so groß obwohl kein denkmal da ist also dies ist schon herausragendes stäpfchen hier naja wir werden sehen dieses personal aufkommen dieses personen aufkommen ist natürlich dann krass hier so in gütersloh zum beispiel das ist natürlich dann einiges was dann hier an wachstum vielleicht dadurch auch generiert wird und dann bin ich gespannt wann hier unten was erscheint das erste mal dass wir dann irgendwie ein weingut haben oder sowas das wird interessant okay ich werde wieder weiter vorspulen und schauen dass wir dann vielleicht wieder ein jahr weiter kommen da ist ja dann genug zu bauen und wir sehen uns in der nächsten folge ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gebt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit welches nächste video hochlade gerne kommentar schreiben auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann ciao bis zum nächsten mal